Spanien und Deutschland trennen sich im Viertelfinale der Euro 2024 nach Verlängerung 2 zu 1. Ein ganz bitterer Abend für uns, aber bevor ich auf das Spiel eingehe, muss ich sagen, die Mannschaft, die kann stolz auf sich sein. Ich denke, wir alle können stolz auf das sein, was die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr gezeigt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nicht nur, weil das eine Heim-EM war, dass wir extra Gas gegeben haben, sondern dass mit dieser Mannschaft wieder zu rechnen ist. Dass man auch bei Weltmeisterschaften wieder lange dran glauben kann, dass wir sehr, sehr lange drin bleiben. Und ich muss einfach sagen, Spanien hat heute auch sehr viel Glück gehabt, auch ein paar Schauspieleinlagen dabei gehabt. Der Schiedsrichter hat zum Teil, finde ich, auch nicht das gepfiffen, was er pfeifen soll. Wir hatten zum Teil auch Glück. Toni Kroos hätte eigentlich schon ganz früh eine gelbe Karte kriegen müssen und hätte auch im schlimmsten Fall mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können. Das gehört zur Wahrheit dazu. In der ersten Halbzeit, muss ich sagen, fand ich die Spanier etwas besser. Wir hatten unsere Akzente mit Havertz und seinem Kopfball, aber ansonsten war da ehrlich gesagt nicht viel zu holen. Und wenn es gefährlich wurde, muss ich sagen, weil die Spanier Neuer hat, ich würde sagen, einen soliden Job gemacht hat, alles gehalten, was auf sein Tor kam. 0 zu 0 der Halbzeit stand und ich denke, viele haben darauf gehofft, dass noch Tore fallen, beziehungsweise haben erwartet, dass noch Tore fallen. Leider fiel das 1 zu 0 dann für die falsche Mannschaft. Das war Dani Olmo, der in der 51. Minute trocken den Ball unten links reinzimmerte. Er hat den Ball gar nicht mal richtig getroffen, aber halt so, dass er so rotiert, dass Neuer nicht mehr rankommen kann. 1 zu 0 für Spanien. Ab da muss ich allerdings sagen, gerade auch als die Spanier Williams und Jamal runtergenommen haben, wir waren besser, wir waren das bessere Team und haben wirklich Chancen um Chancen gehabt. Füllkrug mit dem Pfosten, manche Aktionen, die nicht richtig ausgespielt wurden. Und dann kam bei dieser 89. Minute, wo, glaube ich, jeder diese Euphorie nochmal hatte, die man eh schon hatte, weil Deutschland wirklich ein Top-Spiel gemacht hat. Kimmich, der den Ball nochmal rüberlegt, so wird es per Kopf alleine, dass er da noch hingeht und dann wird es mit dem trockenen Schuss und das Ding ist drin, 1 zu 1 in der 89. In der Verlängerung bin ich der festen Überzeugung, wir hätten den Elfmeter kriegen müssen. In der Bundesliga pfeifst du in so einer Situation neun Stück von zehn. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er wenigstens rausgegangen wäre, wenn er rausgeht und sich das anguckt und dann immer noch sagt, jo, das ist kein Elfmeter, alles gut, müssen wir akzeptieren. Aber dass er es sich nicht mal anguckt, finde ich, ist eine Sauerei, das muss man einfach so sagen. Und für mich persönlich, ohne dass man jetzt mal die Deutschlandbrille aufhat, die Spanier, wenn das die gleiche Situation gewesen wäre auf der anderen Seite, hätten sich auch vehement beschwert, dass das ein Elfmeter ist. Und ja, viele haben sich schon mit dem Elfmeterschießen abgefunden, allerdings hatte dann Spanier noch was dagegen und kam in der 119. Minute. Rüdiger mit einem Stellungsspiel, das war, glaube ich, mit seinem einzigen Fehler, den er im Spiel gemacht hat, er trifft den Kopfball perfekt. Merino war es, meine ich, in der 119. und ja, stürzt Deutschland ins Tal der Tränen, 2 zu 1, das war die Entscheidung. Am Ende gab es noch, ja, Rangeleien, auch Cavacal, glaube ich, ist das nächste Spiel, sogar gesperrt rote Karte. Also viele Szenen, die auch sehr unschön waren. Insgesamt, finde ich, waren wir besser, aber natürlich Glückwunsch an Spanien zum Erreichen des Halbfinals. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao, haut rein! Bis zum nächsten Video und ciao, haut rein!